Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff! Ja, hatten wir nicht auch probiert in die Cabot reinzustellen? Ja genau. Bevor wir gehört haben, den M-Cup reinzustellen, haben wir die Vakuum hier reinzustellen. Genau. Ja, die Flügel waren aber zu weit. Das ging nicht. Scheiße. Okay. Oh, der NPC weiß mir wieder nicht woher. Die sind keine Farbe, die nur umgezappelt, ne? Ja, das ist so ein Effekt. Ich weiß, wir müssen aber ein bisschen wegfliegen. Ja. Dann wären wir da drauf, ne? Oh ja, jetzt gehst du wieder. Dammit! Zappel Phillip ist das. So. Das wäre so gefällig gewesen. Das wäre jetzt ein bisschen höher. Ey, die sind stark, die Feiler. Ich habe auch gerade eine gehabt. Ich habe jetzt außer meine, äh... Ich meine, die Waffen jetzt den nächsten Upgrade bei der Rangelaide. Kannst du sagen? Geht klar, sagst du, oder was? Geht klar, sagst du? Ja, also das überhitzt zwar, aber relativ schnell. Aber jetzt habe ich auch schon die, äh, äh, Front, äh, Frontschild, ja. So, und das sind mal die beiden. Okay. Wann highlights. Vielen Dank.